Der Zweite Zaubererkrieg 1995 trafen der Auserwählte und eine große Anzahl von Schülern im Eberkopf ein, um über das Erlernen von Verteidigung gegen die dunklen Künste mit Harry selbst als Lehrer zu diskutieren. Ja, Sie haben richtig gelesen. Eine illegale Schülergruppe, da Dolores Umbridge, die Schreckensherrscherin, alle Gruppenaktivitäten verboten hatte. Und wer serviert den rebellischen Teenagern in der schäbigen Taverne Butterbier? Der Bruder des Schulleiters, Aberforth Dumbledore, höchstpersönlich. Und nicht zu vergessen, der windige Mandanges Fletcher war auch zugegen, dabei als Informant für den Orden des Phönix und verkleidet als alte Frau, wie er mir enthüllte. Die illegalen Machenschaften erstrecken sich weiter auf 1996, als Aberforth und Mandanges sich vor dem Gasthaus Drei Besen trafen, wo gestohlene Waren aus Grimmauk Place Nummer 12 gehandelt wurden. Einer dieser Gegenstände war nichts Geringeres als Sirius Blacks geheimnisvoller Zwei-Wege-Spiegel. 1997 fand die gewaltige Schlacht um den Astronomie-Turm in Hogwarts statt, die in einer herzzerreißenden Tragödie gipfelte. Dem Mord an Albus Dumbledore durch die Hand von Severus Snape. Die Legende besagt, er habe auf Albus eigenen Befehl hingehandelt. Bei Dumbledores feierlicher Beerdigung, die von einer Vielzahl von Trauergästen besucht wurde, waren auch Aberforth, die gesamte Schülerschaft von Hogwarts, die Professoren der Schule, alte Freunde, Bewohner von Hogsmeade, Mitglieder des Phönix-Ordens und hochrangige Vertreter des Zaubereiministeriums anwesend. Das Grauen nahm seinen Lauf, nachdem Dumbledore von uns gegangen war und die Verteidigung der Schule nicht mehr gewährleistet werden konnte. Du weißt schon, wer, ergriff seine Chance und stürzte Hogwarts ins Dunkle. Severus Snape, der undurchsichtige Verräter und neue Schulleiter, übernahm die Kontrolle, während die schrecklichen Alekto und Amicus Carrow, treue Todesser, zu seinen stellvertretenden Schulleitern wurden. Der Eberkopf wurde zur geheimen Pforte, die zum Raum der Wünsche führte. Doch hier wird die Geschichte wirklich interessant. Aberforth, Dumbledores Bruder, ergatterte ein Fragment des mysteriösen Zweiwegespiegels und benutzte ihn, um Harry durch die andere Hälfte zu beobachten, genau wie es einst sein Bruder tat. Harry, ahnungslos wie immer, schaute immer wieder in den Spiegel, weil er glaubte, die Augen auf der anderen Seite könnten Albus gehören. Harry, Hermine und Ron wagten sich mutig in die von Todessern durchseuchten Mauern von Hogwarts, auf der verzweifelten Suche nach einem weiteren Horcrux von du weißt schon wem. Sie apparierten ins besetzte Dorf Hogsmeade und lösten versehentlich einen Katzenjammerzauber aus, der die Todesser auf ihre Anwesenheit aufmerksam machte. Doch sie waren nicht leicht zu fassen. Unter dem Tarnumhang versteckt beobachteten sie, wie die Todesser Dementoren herbeiriefen, um nach ihnen zu suchen. Die dunklen Kreaturen, die die Angst und Verzweiflung in uns spüren, näherten sich in einem unheilvollen Schwarm, aber Harry war bereit. Er beschwor seinen Patronus und trieb die Dementoren zurück. Doch hier kommt der spannende Teil. Aberforth Dumbledore griff ein und rettete die drei jungen Helden. Er führte sie in sein Versteck und überzeugte die Todesser, dass er den Alarm ausgelöst hatte, weil er seine Katze rausgelassen habe. Potter erkannte sofort das Gesicht des Mannes. Es war Aberforth Dumbledore, das Gesicht, das er im Zwei-Wegespiegel gesehen hatte. Doch was dann geschah, übersteigt die wildesten Vorstellungen. Aberforth enthüllte eine düstere Wahrheit, die Harry erschütterte. Er riet ihnen, das Dorf am nächsten Morgen zu verlassen, weil er glaubte, der Orden des Phönix sei am Ende, dass du weißt schon, wer den Krieg bereits gewonnen habe. Doch Harry war fest entschlossen, Dumbledore zu gehorchen und seinen Auftrag zu erfüllen. Da platzte Aberforth der Kragen und er konfrontierte Harry mit der erschütternden Wahrheit über Albus. Die Enthüllungen über ihre gemeinsame Kindheit brachen wie ein Sturm über den armen Harry herein. Ohne Vorwarnung und ohne Zurückhalten legte Aberforth die ganze Wahrheit über Albus und seine dunkle Vergangenheit offen und Harry, unser Auserwählter, war fassungslos vor Entsetzen. Der Eberkopf wurde zum epischen Zentrum des Widerstands, als die tapferen Schüler und Ordensmitglieder sich hier versammelten, um sich auf die ultimative Schlacht vorzubereiten. Die Schlacht von Hogwarts. Aber das war noch nicht alles. Der versteckte Geheimgang hinter dem Porträt von Aberforths Schwester Ariana führte zu diesem dramatischen Schauplatz des Kampfes. Doch der Konflikt erreichte einen Höhepunkt, als Aberforth selbst in den Kampf zog. Er stürmte nach Hogwarts, nicht etwa um seine Unterstützung auszudrücken, sondern um Harry lautstark die Leviten zu lesen. Er behauptete, dass Hunderte von Schülern durch seine Kneipe stürmten und dass sie einige Slytherin-Schüler als Geiseln gegen die überlebenden Todesser hätten behalten sollen. Doch Harry konterte mit einer leidenschaftlichen Verteidigung und machte klar, dass du weißt schon, wer nicht zu stoppen war und dass Albus nie einen solchen Schritt gegangen wäre. Aberforth spottete über die letztgenannte Theorie, bevor er sich aufmachte, das Schloss zu verteidigen. Aberforth überlebte die letzte Schlacht des Zweiten Zaubererkrieges und kehrte später in sein altes Leben zurück, immer noch im Eberkopf, wo er mit seinen Ziegen spielte.